Orgien, Armenien und Aserbaidschan und ich muss hier am Anfang etwas sagen, damit alle die Übersetzung in Gang bringen können. Wir haben armenisch-deutsch geplant, simultan-Dolmetschung und alle von Ihnen müssten Kopfhörer auf dem Tisch haben. Sobald das funktioniert und die Übersetzung da ist, versteht mich jemand über das? Hört man was? Nicken? Okay, alles klar. Dann sehr gut. Dann beschränkt sich meine weitere Rolle diesen Abend darauf, die Diskussion zu moderieren und etwas auf die Zeit zu gucken. Und deswegen sage ich jetzt nichts weiter, als dass ich das Wort Klara Geiwitz übergebe, der stellvertretenden Vorsitzenden der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, die heute im Namen auch der Ebert-Stiftung begrüßen wird. Sehr geehrter Herr Premierminister Pashimian, sehr geehrte Mitglieder der Delegation, sehr geehrter Herr Botschafter Simbacan, lieber Dirk Wiese, meine sehr geehrten Damen und Herren. Es ist für mich eine große Freude, Sie im Namen der Friedrich-Ebert-Stiftung zu unserem Expertengespräch begrüßen zu dürfen. Unser Gespräch widmet sich der Frage langjähriger Kooperation unter neuen Vorzeichen, die Beziehung zwischen Armenien und Deutschland. Lass mich zu dieser Fragestellung drei Punkte hervorheben und dabei ein Fleck auf die verschiedenen Dimensionen der Beziehung unserer beiden Länder werfen. Armenien war schon immer eine Nation an der Schriftstelle verschiedener Begründungsräume. Dieser kulturelle Austausch hat seinen Überschlag in der reichen Geschichte des Landes gefunden, in dem nicht wenige Erfindungen gemacht worden, die unser aller Leben bis heute bereichern. Dieser Schrittstelle-Funktion kann vor dem Hintergrund der heutigen politischen Situation eine sehr, sehr große regionale Bedeutung zukommen. Denn Armenien ist eines der ganz wenigen Länder, das sowohl enge Beziehungen zu Russland wie auch zur Europäischen Union pflegt. Dies schwiegelt sich in dem Abkommen, die Armenien geschlossen hat, als Mitglied der Eurasischen Wirtschaftsunion einerseits und Vertragspartner des Comprehensive and Enhanced Partnership Agreements mit der EU andererseits. Und in einer Zeit, die wir in der EU-Karte haben, die wir in der EU-Karteien zwischen den Mitgliedstaaten und den Mitgliedstaaten haben, die uns in der EU-Karteien, die wir auch in der EU-Karteien und die Ausfläche, die wir in der EU-Karteien. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.